Bei den Serien-Reactions kann ich euch logischerweise kein Bildmaterial zeigen, bedeutet, ihr habt jetzt hier nur meine Facecam mit einem vorwärts- und einem rückwärtslaufenden Timer. Müsst das Ganze also auf einer Seite, euer Wahl oder mit euer DVD, Blu-Ray, whatever, connecten, synchronisieren und dann könnt ihr das Video genießen. Kuss. Was geht ab, meine liebe Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video. Freunde, wir sind angekommen bei Naruto Folge 24, nicht mehr viele Folgen, ich glaube vier Folgen left, dann haben wir die erste Staffel vollendet, war ja wie ein Wimpermschlag gefüllt, oder? Kam mir sehr schnell vor, Freunde. Die Folge heißt Kräfte sammeln, die Schuhen in Auswahlprüfung beginnt und ich freue mich sehr auf diese Schuhen in Auswahlprüfung, Freunde. Ihr habt mich schon ein bisschen gehypt, muss ich sagen, ihr habt auch ein bisschen geschrieben, es wird jetzt sehr, sehr nice. Ich meine, ich wusste ja auch, man hat ja gemerkt, dass es jetzt richtig nice wird, beziehungsweise habe ich mich jetzt auch auf die Folge sehr gefreut und hoffe, dass wir da ein bisschen auch den ein oder anderen nicen Fight bekommen. Es sind so viele nice Charakter auf einem Haufen zusammengewürfelt, Alter, bam, 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 bam. Ich freue mich sehr darauf, Freunde, ja. Falls ihr noch eine andere Folge von Naruto sehen wollt, checkt auf jeden Fall die Playlist ab, oben im i, werdet ihr sie finden. Ansonsten klicken wir auf Playfone und macht euch ready, wir drücken, äh, rauf, die Folge geht 23 Minuten und 25 Sekunden, so. Drei, zwei, eins. E-G-Tar habe ich eingespielt damals. Fuck, ich habe kein Wasser geholt. Egal. Und er hat mir geschrieben, das Intro war gleichs. Das Intro hat sich nicht verändert, es wird sich bald verändern, meintet ihr? Wahrscheinlich zur neuen Season würde Sinn machen, aber es war bis jetzt immer gleich. Also bin ich einfach lost. Ich war einfach lost. Ah, es wird schon nice, Leute. Es wird schon nice. Was mir nie aufgefallen ist, Freunde, ja, ähm, Sakura kämpft im Intro. Das ist eine Sache, die sie sonst nie macht, ja. Also nicht ganz realistisch, würde ich sagen, an dieser Stelle. Okay, let's go. T-Tokio. Ninja Akademie. Die haben Bock auf jeden Fall alle. Der Herr sieht, er sieht so damn cool aus. Ich war beim ersten Mal auch nervös, Freunde. Und wenn doch, dann keine gefährlichen Jutsus. Okay. Schriftliche Prüfung. Oh, damn. Größter, größter, größter Erzwein von Naruto. Okay, ich freue mich aber drauf. Das heißt, wir haben aber in dieser Folge nur die schriftliche Prüfung oder wie. Egal, okay. Die haben Bock. Damn. True. True. Oha, sein Girl. Sein Girl ist bei ihm. Ehre, sein Girl. Sie wird ihm helfen. Sie wird ihm safe helfen. Sie wird ihm helfen, oder? Hilf ihr. Der Nette. Okay. Okay. Korrekt. Abzugssystems. Oh. Oh. Lol. Mathe, Mann. Nicht gut. Ja. True. Lol. Es macht irgendwo Sinn. Wenn man nur als Team antreten darf. Moin, Leute. Na ja, zwei Punkte geht auch noch voll. Bei uns in der Schule war direkt sechs. Okay. Aber cooles System. True eigentlich. True eigentlich. Ein bisschen zu genau, Bro. Okay. Es macht... Ich finde die Regeln gar nicht bad. Es ist ein cooles System, irgendwie. Na. Sein ist auch zu qualifiziert. Perfekt. Perfekt. Ey, Naruto, Bro. Er weiß auch schon Bescheid. Sie wird ihm helfen. Krass. Das ist ein harter Test, Mann. Das ist ein harter Test. Let's go, Jungs und Mädels. Ja, Mann. Let's go. Ey, das Girl neben Naruto wird ihm helfen. Das Girl wird ihm helfen. Safe call. Der Arme. Ey. Easy. Ich habe auch immer die geskippt, die ich nicht wusste. Am Ende war ich ganz unten beim Test. Da war ich gut drin. Da war ich gut drin in sowas. Was? Was? Ey. Okay. Okay. Das bin ich einfach immer gewesen, wenn ich nicht gelernt habe. Das war immer ich. Einfach immer die Skippen, am Ende war man ganz unten. Ey, komm schon, deine Freunde würde helfen, Bro. Ey, krass. Das hätte ich nicht gedacht. Nicht mal Sasuke, Mann. Hätte ich nicht gedacht. Ey, ja, sie ist gut, oder? Sie ist gut, safe, sie ist gut. Sie wird ihm helfen. Ich glaube echt, die wollen, dass man halt sneaky mogeln soll. Dass man sneaky mogeln soll. Könnte auch eine Taktik sein, dass die halt dieses Sneaky sein stärken wollen. Das könnte ich mir sogar gut vorstellen. Das könnte ich mir actually gut vorstellen. Ey, ey. Ey, er ist echt trip. Ey, er ist echt trip. Ja, ja. Ja, ja. Sasuke hat es durchschaut als erster. True. Er hat es durchschaut. Geistesblitz. Ja, Mann. Ja, Mann. Ey, das ist geil. Das ist geil. Das... Okay. So nicht. Das ist nice. Yes. Yes. Kokosnusskopf. Yes, Mann. Stimmt. Ey, das ist geil. Das ist nice. Yes. 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 Er denkt es sich nicht. Er mogelt einfach. Er mogelt einfach, weil er aussichtslos ist. Er hat es nicht durchschaut, aber er will trotzdem mogeln. True. Er mogelt. Hmm. Ey. Der Hund ist so geil. Ich liebe den Hund. Ah, ich liebe den Hund jetzt schon. Süß einfach. Er macht Magnetfelder einfach. Loll. Loll. Krass. Ey. Ey. Das ist nice, Mann. Da ist ein cooler Charakter dabei. Natürlich. Hey. Warte auf jetzt, Bro. Loll. Okay. Das ist aber wohl der auffälligste Trigger. Aber egal. Kommt schon, Naruto, Mann. Ja. Du musst. Du musst. Du musst es versuchen. Oh, endlich. Oh, die ist so süß, Mann. Die ist so süß, Alter, ey. Die ist so süß. Die ist so cute. Kommt einfach zu ihm. Ist sie nicht. Nimm es an. Nimm es an. Einfach aus Prinzip. Oh, ey. Ey, das ist echt süß, Mann. Oh, Mann. Die Arme. Ey. Der Ehrenlose. Ich habe mich immer neben die Schlaumen gesetzt bei den Tests und bei den Arbeiten. Immer. Lol. Holy shit. Er meinte, der hinter ihm. Das war schon der fünfte Strike einfach. Der Arme. Sorry, Bro. Sorry, Mann. Sorry, Mann. Sorry, Mann. Durchgefallen. Tschüss, bro. Tschau, tschau. Krass. Oh man, der ist nicht so süß zu ihm. Oh man, ey. Hey. Das wird ganz schnell wieder wegradiert, bro, okay? Rede noch mehr mit ihr am besten, bro. Hm. Oh, Ehrenmann. Ehrenlos, Alter. Der letzte, einzige Chance gewastet. Oh man. Oh man. Ehre. Oh ja. Hi. Hä, du hast genauso los, Stirn. Ich fühl mich auch geschmeichelt. Ching-Chang-Cho, Alter. Ehrenmann. Ey, voll die Yu-Gi-Oh-Vibes gerade mit diesem Doppelding. Tschau, Leute. Äh. Ey, das sieht so nice aus. Okay, ich nehme alles zurück, ich nehme alles zurück. Äh. 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 Augespawn? Er kann einfach ein Augespawn. Besser ist es. Der hat sich ein bisschen zu sehr gefreut über die Begleitung. Der hat sich ein bisschen zu spüren. Ey. Echt jetzt? Nein! Hey! Hey, 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 hey! Wir wollen die Iceband sehen, dachte ich. Oh, man! Ey, was eine gute Folge. Geiles System. Ich dachte erst, fuck, es wird langweilig, weil wir so einen schriftlichen Test haben. Aber die haben ein extrem cooles System daraus gemacht, dass es halt nicht darum geht, schlau zu sein, beziehungsweise nicht um den eigentlichen schriftlichen Test, sondern halt logischerweise um die Ninja-Fähigkeiten geht. Mega nice. Cooles, cooles System. Und wir haben ein paar Fähigkeiten gesehen von ein paar Charactern, die extrem nice waren. Ich hoffe, wir werden in der nächsten Folge noch ein paar mehr sehen, weil wir jetzt ungefähr so die Hälfte gesehen haben, würde ich schätzen, von den interessanten Leuten, vielleicht ein bisschen mehr. Und ich bin noch gespannt, wie Naruto jetzt und Sasuke, Sasuke hat ja schon durch das Sharingan die meisten Aufgaben, wie Naruto im Endeffekt noch zu seinen Aufgaben kommen wird. Da bin ich sehr gespannt, Freunde. Ey, war eine sehr, sehr gute Folge. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. War actually nice. Schreibt mal rein, wie ihr seht euch heute. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns mal in einer weiteren wunderbaren Folge. Bis dann, bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.